Ihr habt dich geprankt, als ob ich dich entjungfern würde. Das ist der, liebe Freunde, ich entjungfere dich safe, nicht prank. Boah, ist das... Oh nein! Oh ja! 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 Hi Freunde, mein Name ist Jonas und damit herzlich willkommen zu diesem Video. Ich freue mich, wie immer, dass ihr eingeschaltet habt. Heute gibt es alle möglichen Outtakes aus der aktuellen Staffel Krass Klassenfahrt. Ihr habt wahrscheinlich alle gerade das Staffelfinale gesehen. Meine Rolle, Jojo, wurde einfach gerade von Frau Kalbsfleisch erschossen so. Also absolut, absolut krass, was da alles passiert ist. Genau, deswegen möchte ich auch sagen, bevor es die Outtakes gibt, lasst sehr, sehr gerne ein Abo auf diesem Kanal da, um jetzt in den nächsten Wochen nichts zu verpassen. Ihr werdet hier immer mit den neuesten Infos zur kommenden Staffel versorgt, denn wir werden auf jeden Fall eine sechste Staffel Krass Klassenfahrt drehen. Ich werde euch auch mitnehmen auf die Drehs und so. Das heißt, schreibt auch jetzt sehr, sehr gerne alle eure Fragen zum Staffelfinale, zur letzten Folge, der zwölften Folge, die heute online gegangen ist, in die Kommentare. Dann kann ich da in den nächsten Videos auf jeden Fall darauf antworten. In den nächsten Wochen wird es hier alle Infos zur neuen Staffel geben. Ich werde euch erzählen, wer noch so dabei ist. Also vom Cast gibt es Umbesetzungen, neue Leute und so, die am Start sind. Wie geht es so von der Story her weiter? Denn eins kann man ja sagen, so das Staffelfinale ist ja auch super offen gewesen. Ich habe auch schon mit Jonas ein Video gedreht, was nächste Woche online gehen wird, wo wir auch nochmal drüber sprechen, so was passiert eigentlich in der nächsten Staffel. Das wird auch nochmal sehr, sehr unterhaltsam und wichtig, so keine Ahnung, dass man so ein bisschen auf dem neuesten Stand ist. Dann schreibt auch gerne in die Kommentare, wie euch die Staffel gefallen hat. Und jetzt sind es auch wirklich genug Fragen und Sachen. Ich würde mal sagen, wir schauen uns jetzt die Outtakes an. Los geht's und wir sehen uns ganz bald wieder. Bis dann und viel Spaß. Du musst sagen, ich rauch viel zu viel. Ach ja, stimmt. Wir kiffen, da flüstert man. Wir kiffen heimlich hinterm Haus. Denkst du, wir sagen jetzt, ey, der Joint ist richtig geil. Mach den mal kurz aus. Ich musste wieder meine Hosentasche stecken gleich. Mach dir keinen Kopf und jetzt schlaf gut, ja? Was ist das denn? Ich musste so lachen, weil du da so geingeschweißt. Ich habe es auch ein gutes Spiel. Ich glaube, wir haben echt das beste Zimmer bekommen von allen. Das ist doch so groß. Ich liebe es einfach. Ich war auch vorhin bei den anderen. Und die haben richtig... Also ich mag Karina ja wirklich. Ich würde sogar sagen, dass sie meine beste Freundin ist. Also natürlich verbringe ich nicht nur mit ihr Zeit, aber in letzter Zeit ist sie echt komisch. Also ich verstehe sie gar nicht mehr. Also ich mag Karina ja wirklich. Sag mal, Karina? Also ich mag... Also ich mag Karina ja wirklich. Karina! 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 Karina, Karina! 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 Okay, nochmal. Okay. Karina! Ich bin noch nicht set. Karina! Ich bin noch nicht set. Ich bin noch set. Ich bin noch set. Ich bin noch set. Sanne! Karina! Und du hattest noch nie Sex? Noch nie? Oh, es ist so hart. Es tut mir leid, Saugen. Oh, es ist so schlimm. Ey, das... Hier, dieses Gesicht, das ist so schlimm. Noch nie ist nicht schlimm. Du kannst mich Daddy nennen. Ja. Ist okay, es wird mir kurz wehtun. Was war das? Ähm, du könntest mich ein bisschen Daddy nennen. Ihr habt dich geprankt, als ob ich dich entjungfern würde. Das ist der, liebe Freunde, ich entjungferde dich safe, nicht prank. Boah, ist das... Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Okay! Hey, warum trägst du denn schon ohne uns? Die Party beginnt doch jetzt erst. Ach so, ich hab... Sorry. Ja. Geht's dir gut? Äh... Sorry, das ist ein Outtake. Ach so, nicht auf meine Kappe. Bisher habe ich nur Mr. Grumble geküsst. Das ist mein Hase. Oh, Mr. Grumble, hoppel, hoppel, hopp. Oh, Mr. Grumble, hoppel, hoppel, hopp. Oh, Mr. Grumble, hoppel, hoppel, hopp. Geil. Süßes Lied? Ja, aber es entschuldigt trotzdem nicht, dass er ein Arschloch ist. Arschloch darf man nicht sagen? Doch, Jojo, man darf Arschloch sagen. Man sollte aber keins sein. Nee. Doch. Nee. Doch. Nee. Oh nein. Hammer, 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 Hammer. Und dann hast du uns auch noch vorgeschlagen, dass wir das machen, also ganz ehrlich? Ähm... Ja. Ähm... Ja. Ja. Nee, ich will ihn nicht... Aber Bluie ist okay. Boah, ich war... Karina macht jetzt keinen Kopf mehr. Das war gerade so süß von dir. Ja, mach. Weil du machst so ein Spaß! Okay. Ja. Ich finde dein liebes Song für Heidi richtig schön. Freut mich. Das tut mir so leid. Geht ihr auf weiter? Hier gibt es gar keine Tür. Ich will das. Brauchen wir wieder Ariane? Ja, doch. Warum denn? Das war überhaupt kein Siss. Es gehört nicht zu sehen. Das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Ihr schneidet 100% die mit den Wehnen haben. Nein, ich will nicht. Ich bin keine Wehnnare. Das macht keinen Sinn, warum Leute hier Wind wehen. Das ist ein Kassenfahrt. Das macht gar keinen Sinn. Ich gehe einfach nicht, renne nicht weg. Ich bin Julio. Ja, aber wir können jetzt ein paar Blickvarianten noch so durchschneiden. Ja, aber ohne Rehnen haben. Mach mal jetzt, komm. Ist eigentlich McLary denn ein echter Name? Das ist mein Nachname. Mein Vorname ist Wack Larry. Ah, guten Sohn. Sorry, verkackte Scheiße. Jetzt nochmal. Okay. Wenn ich jetzt jedes Mal trinke, dann bin ich gleich gesoffen. Just saying. Do it. Ja, vielen Dank. Sehr gut. Was wolltest du von mir? Das, was du gerade mit Corinna gesagt hast. Mann, ich habe Corinna gesagt. Warum sage ich immer Corinna? Fuck it, sorry. Jojo. 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 Entschuldigung. Oh Scheiße. Oh Gott. Ist das Jojo? Jojo. Boah, ich wäre gerade fast so kurz davor reingegangen. Du! 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 Gas dich los! Fuck! Madison. Ich habe was für dich. Gut, dass du gekommen bist. Kannst du ihr einen Brief für mich geben. Sie macht mir einfach nicht auf. Na klar. Danke. Okay. Jojo hier! Jojo hier! Hey, bist du da? Hey, gut, dass du gekommen bist. Kannst du diesen Brief für mich geben? Sie macht mir einfach nicht auf. Na klar. Ja? Ja. Scheiße. Sorry nochmal. Das war super. Ich fang nochmal an, das war aber super. Ja, das ist ja gut. Ja, genau der. Das ist ein Freund von mir. Ja, ja, doch der war in der Nebenzelle. Ja, ich glaub schon, ja. Und woher kennst du die? Aus dem Gefängnis kenn ich die. Darüber haben wir gerade gesprochen, du Bastard. Wollen wir mich hier ansetzen? Ich dachte, du sagst du das mit dem Brieftail? Nein, nein, du musst fragen, ob ich Kontakt zu denen noch habe und dann sage ich, ich hab schon noch meine Brieftäumchen. Ja, okay. Die Frage ist zwar mitleidsvoll, aber du bist trotzdem noch so leicht. Warum weinst du denn jetzt auch noch so was am Anfang? Ja, okay. Ja. Ich muss dir noch was sagen. Wie? Okay, wir laufen weiter. Das war schon richtig gut. Ich würde gerne nur, dass dann bei dem Entschuldigungsmoment, bei dem ersten, dass es dann wirklich zur Umarmung kommt. Ja, was? Oh nein, der Blickkontakt auf. Nee. Ich muss dir noch etwas viel Schlimmeres sagen. Schade, das war so gut. Das war perfekt. Na gut, ist der Ansatz? Kann man da ansetzen? Ich hab so daran gedacht, dass Tobi jetzt... Hä? Alter, das war so gut gespielt. Ja, ich weiß. Die Sache mit dem Vollbart. Ich hab das alles perfekt getimed. Das war alles so von mir... Ohhhh. Okay, genau. Deswegen hab ich dir auch die Nachricht geschrieben, damit du rechtzeitig hierher kommen kannst. Ja, ja. Alles klar, wir gehen nochmal auf Anfang konzentriert bleiben. Aber Schatz... Schatz, guck mich an. Ja, und mir fehlt mir ja so gelacht, ne? Boah, Mann, du fuckst mich so ab, ne? Ich krieg das gleich auch nicht mehr hin. Ey, es tut mir echt leid. Oh Mann, das ist wirklich... Soll ich noch was für deine Hilfe... Ton ist set? Okay, Kameras? Set. Ja. So wie ich das wollte und wie wir das wollten. Wie alles? Ey, Mann, es tut mir echt leid. Das ist schlecht. Denk wirklich mal an was Trauriges. Denk dran, dass deine Oma stirbt. Das ist so unmöglich. Hab ich auch gerade gedacht. 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 Ja, schön, und jetzt? Ja, dann wirst du traurig. Eigentlich ist alles genau nach Plan verlaufen. So wie du das wolltest und wie ich das auch wollte. Wie alles echt. Okay. Szene 11, 7, Take 1. Ich darf es nicht wissen? Richtig. Okay. Strange? Richtig. Richtig strange. Das ist der Endpunkt. Das ist der Endpunkt, wenn ich das sage. Das wird die ganze Zeit noch gelabert. Ja. Alter, Inkelschnager hat mich ins Auge, äh, Dinger hier oben gestochen. Ja, moin. Nein! Ich bin noch nicht tot! YOLO! YOLO! Felix! Ganz ruhig, YOLO! YOLO! Ganz ruhig, YOLO! 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 Was machst du? Was stimmt mit dir nicht? Fuck! Mein Handy! Das ist leider kein Rider. Ich wollte hier kommen. Sonny! Sonny! Oh, mir ist so langsam so warm. Ich klack hier ab, Alter. Sonny! Was hat Sonny gemacht? Die hat das Licht an Müller. Okay, direkt auf Anfang wieder. Direkt von Beeiligung. Komm, 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 komm. Vielleicht geht so das Handy wirklich kaputt. Ja, es ist ja eh kaputt. Josus Christus. Josus! Josus! Josus, helf mir! Aufstehen! Aufstehen! Hab ich gesagt! Du stehst auf! Er hat so reingeschissen! Aufstehen!